So, live aus Hörstel heute Abend Sonntag, Kreispokalspiel, zweite Runde Hörstel gegen ISV. Neben mir steht Kata Reisbig, Astro Borowski, den meisten wahrscheinlich bekannt. Endergebnis war? Um Rekruten 34,9. Ich glaube, 40,9. Ja, leider ist die Anzeigetafel schon ausgeschaltet. Also, beziehungsweise 9 zu 40 haben wir hier in Hörstel die zweite Runde nun geschafft, absolviert. Phasenweise richtig starkes Spiel, vor allem über das Tempo. Ja, würde ich auch sagen, klare Geschichte. Verschiedene Deckungsvarianten ausprobiert, offensiv, defensiver. Vor allem im Blockstand wird relativ stark, ließen eigentlich relativ wenig Torwürfe zu. Und nach vorne hin viele Variationen, viele Spielzüge. Ja, da haben überall was gespielt, also immer ein abwechslungsreiches Spiel auf jeden Fall. JSG, wann seid ihr wieder dran mit der A-Jugend? Ich glaube, wir haben, also nächsten Monat haben wir auf jeden Fall noch ein Nachholspiel in Ferien gegen Minden. Und mal gucken, ob wir das da gewinnen. So, damit verabschieden wir uns. Im Halbfinale treffen wir uns wahrscheinlich dann wieder entweder in Wettring, glaube ich. Oder der Gegner könnte auch mal wieder HCI lauten. Aufmerksamkeit ist es nicht gut. Wir beginnen mit den Wettringen. Vielen Dank.